Ich bin Hülya Karci, ich bin Theaterpädagogin. Ich leite das Projekt des Theaters der Erfahrung Tagismein nicht. Wir treffen uns mit unterschiedlichen Menschen mit Demenz, ohne Demenz. Sie erzählen auch ihre eigene Geschichte und dann spielen wir nach. Naja, das war ein breiter Weg. Ich bin ja nun auch mal klein gewesen. Ich wollte erst gar nicht hin, aber naja, habe ich alle doch noch gemacht, ja. Und es macht schon Spaß, doch, es macht Spaß. Zumal ich ja mit dem Chor richtig mich zeigen kann, also das kenne ich gar nicht. Früher habe ich das nicht gemacht, aber auch jetzt kenne ich es doch. Die Menschen, die hier mitmachen, haben das Gefühl, dass sie einfach ihre Talente noch mal nutzen können, dass sie eben verschwundene Dinge wie singen und tanzen und sich austauschen einbringen können. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Inmitten von Weinbergen die Annehmlichkeiten eines luxuriösen Fünf-Sterne-Superior-Hotels mit hochwertiger Gastronomie genießen. Einen einwöchigen Aufenthalt für zwei im Victors Residenz-Hotel Schloss Berg im Saarland gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 42-23-607. Ein Smart for Two Cabrio gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 0262-492. Die Seele baumeln und sich verwöhnen lassen. Eine Wellnesswoche für zwei Personen im Hotel Dollenberg im Schwarzwald gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2130893. Einen Smart for Four gewinnt eine zwölfstellige Losnummer mit den Endziffern 2451477. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 4987155. Und kurz vor der Tagesschau geht es weiter.